Er ist leider Gottes gestorben. 81 Jahre ist er alt geworden. Erhard Bussek fiel natürlich noch bekannt als jener Mann, der einer der wesentlichen Garanten war für den EU-Beitritt, aber auch langjähriger ÖVP-Wien-Chef, langjähriger Chef auch der ÖVP-Bundespartei. Er ist doch überraschend, denn er war bis zuletzt auch in den Medien vertreten, hat sich immer wieder als kritischer Geist zu Wort gemeldet und er ist leider Gottes verstorben. Diese Meldung kam für viele überraschend, aber er hinterlässt sehr, sehr viel auch. Wo genau war denn er tätig? Ich habe ja gehört, es hat schon sehr, sehr früh bei ihm auch begonnen. Es hat sehr früh begonnen. Wir haben auch einige Bilder vorbereitet, als Erhard Bussek noch ein wirklich junger Mann war. 1975 hat seine Karriere begonnen. Das sehen wir schon gemeinsam mit Josef Taus. Der war der damalige ÖVP-Chef. Das hat sich so zugetragen, dass der damalige ÖVP-Chef Schleinster bei einem Autounfall verstorben ist. Die ÖVP war führungslos und hat sich dann für Erhard Bussek als Generalsekretär entschieden. Taus wiederum war der damalige ÖVP-Chef. Und das war eigentlich der Beginn seiner politischen Karriere. Erhard Bussek selbst war aus einem katholischen Haushalt. Sein Vater war Ingenieur und Baumeister. Er wurde katholisch erzogen, hat dieses christliche Weltbild auch stets in die Politik mit hineinfließen lassen. Und in den 70er Jahren hat sein Aufstieg dann begonnen. Er ist dann als Generalsekretär, hat er sich hier verdient gemacht, ist dann ein bisschen später nach Wien auch gegangen, hat dort die ÖVP, die marode ÖVP Wien kann man sagen, übernommen mit den sogenannten bunten Vögeln. Auch da haben wir ein Bild vorbereitet, denn Erhard Bussek war ein bunter Hund. Das habe ich gefunden gerade auf Ebay. Das dürfte eine Schallplatte gewesen sein. Ich glaube gegen Atomkraft, weil Erhard Bussek galt immer so als ein bisschen der liberale Kopf. Und ja, ein bunter Vogel. Ich glaube, das war so eine Eigenzuschreibung. Man wollte damals in die doch verkrusteten Strukturen ein bisschen vorgehen. Es gab ein eigenes Spektakelreferat, das ins Leben gerufen wurde. Und man hat hier Kretzeltreffen organisiert und dergleichen. Und er wollte diese verschlafene Bundeshauptstadt, die ja Wien noch war. Da ist ja Wien eigentlich, wenn die Lichter ausgegangen sind, ist der Gesteck zusammengeklappt worden und das war es. Und Bussek war, ohne dass es die Grünen gab, auch so eine Art Vorreiter schon der Umweltbewegung. Er hat sich immer sehr für den Umweltschutz und für diese Dinge auch eingesetzt. Und dieses Bild spricht da eigentlich, glaube ich, Bände. Wir sehen hier, wie gesagt, das hast du jetzt noch, du warst ja auch heute schon den ganzen Tag im Einsatz. Dich hatte auch diese Nachricht selbst groß überrascht. Hier haben wir auch weitere Bilder, beziehungsweise hier auch ein Video noch von ihm. Wir sind noch ohne Ton, also da können wir weiter blauern. Da können wir drüber sprechen. Ist dir bekannt, um welchen Medienauftritt es sich hier handelt? Das war natürlich schon zu späterer Zeit. Er war ein gefragter Gast natürlich immer wieder, aber vielleicht noch zurück zu seiner Karriere bei der ÖVP. Das war ein unglaublicher Wahlergebnis in den 80er Jahren. Ich habe mir das rausgesucht. Oder 70er Jahre, 1978, die ÖVP Wien. Und 33,7 Prozent in Wien, also das kann man sich gar nicht vorstellen, da gab es weder Kurz noch sonst irgendwen. Er war damals auch dann Vizebürgermeister und hat dann 1983 die ÖVP auf das beste Ergebnis überhaupt gebracht. 84,82 Prozent. Also das war ein richtiges Match zur Zeit von Graz und später auch mit dem Bundes-, nicht Bundeskanzler, sondern mit dem Bürgermeister Zilk. Da hat man sich sehr gut verstanden. Er musste dann aber gehen, ist dann ein bisschen später Minister geworden, ab 1989 Wissenschaftsminister in der Koalition mit Franz Franitzki. Den habe ich auch vor ein paar Tagen für ein anderes Projekt getroffen, auch ganz beeindruckend mit ihm zu plaudern. Und wenig später war dann Busseg auch als Unterrichtsminister tätig, hat sich dann aber in seiner Zeit auch immer wieder sehr um die Außenpolitik bemüht. Vor allem als der eiserne Vorhang gefallen ist, hat er sich sehr hier auch mit den tschechischen oder tschechoslowakischen Dissidenten hier in Verbindung gesetzt und war immer so eine Art Brückenbauer. Das hat ihn, glaube ich, immer ausgezeichnet. Dennoch noch sehr früh hat es bei ihm auch alles angefangen. Ich habe mir auch dieses Wahlergebnis, das du gerade angesprochen hast, da reden wir von den 80er Jahren, stimmt das? 80er Jahren, das war was ganz für die ÖVP Einmaliges damals und das übrigens auch ein Bild, das ist schon ein bisschen später. Wir sind jetzt im Sommer 1994, Erhard Busseg wird auf den Schultern vor der Lichtenfelsgasse, wo heute leider eine schwarze Fahne auch hängt, getragen. Damals der EU-Beitritt und aus ÖVP-Sicht war er neben Alois Mock derjenige, der das hier sozusagen auch geschafft hat. Da sehen wir 65 Prozent ja, da wird das Ergebnis eingefangen, der Jubel war riesengroß und Busseg selbst hat damals sogar die Internationale gesungen, hat damals nicht allen gefallen, dass das gemacht wurde, weil das ja doch eher von der linken Seite ist. Und da sehen wir Aldo Smock, der damals leider auch schon schwer krank auch war und gerade, das ist ja 1994, war etwas ganz Besonderes. Und Uschi, ich würde sagen, schauen wir uns ein Video an, wir haben da auch ein Statement von Erhard Busseg zu diesem EU-Beitritt vorbereitet, schauen wir da mal rein. Du hast das schon gehört, sieht ausgezeichnet aus. Die offene Frage ist nur, ob ein Fünfer oder Sechser vor ihm steht. Am Ende des Tages werden es mehr als 66 Prozent, die für den Beitritt stimmen. Mit wem er damals telefoniert hat? Bitte. Mit Alois Mock, da ging es darum, am Tag der Volksbefragung in Österreich oder der Volksabstimmung, wie viel wird es werden und er hat sich schon optimistisch gezeigt. Ja, sehr, sehr spannend. Du hast noch ein Video mitgebracht. Wir haben noch ein Video. Erhard Busseg war gerade in den letzten Jahren sehr oft auch bei uns, auch telefonisch, war uns oft zugeschaltet, war natürlich auch ein glühender Europäer. Er hat auch ein Statement abgegeben im Jahr 2010 im österreichischen Parlament und ich würde sagen, Uschi, auch da hören wir mal rein. Wie ist die Zukunft der Europäer? Wie ist die Zukunft der Europäer? Möglicherweise bin ich unpopulär, aber tief davon überzeugt. Wir brauchen mehr Europa und nicht weniger. Bisher hat dieses Europa immer aus Krisen gelernt, wie wir auch gegenwärtig lernen, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise nur gemeinsam zu bewältigen ist, etwa von den Klimafragen oder dem Energiebereich gar nicht zu reden. Daraus müssen aber die Konsequenzen gezogen werden und die EU muss entscheidungsfähig sein. Ja, beeindruckende Bilder und soweit ich weiß, haben Sie ja viele auch bis jetzt schon zu Wort gemeldet, auch zum Ableben von Erhard Busseg, unter anderem auch Karl Nehammer schon. Ja, natürlich. Er ist der Nachfolger von Erhard Busseg gewesen. Nehammer selbst war heute in Niederösterreich unterwegs, gemeinsam auch mit Johanna Mikl-Leitner. Da ging es um Hilfspakete für die Ukraine, natürlich auch nicht nur für den Bundeskanzler, ich glaube für jeden, der ihn gekannt hat, ist das ein wirklich großer Verlust. Er war jemand, der bis zum Schluss eigentlich ein kritischer Geist war, einer, der sich immer wieder auch geäußert hat, der auch mit der eigenen Partei hier immer wieder hart ins Gericht gegangen ist. Ich erinnere an die Chats von Thomas Schmidt, da hat er wörtlich gesprochen, die Verfasser waren Trotteln, hat er gesagt. Also er war jemand, der natürlich das politische Geschehen ganz genau verfolgt hat. Und sich auch kein Blatt vor den Mund genommen hat. Kein Blatt vor den Mund genommen. Ich glaube, du wirst auch das ein oder andere Interview mit ihm geführt haben. Ich habe das auch zwei, dreimal gemacht und das waren immer sehr interessante Gespräche, die man mit ihm führen konnte, weil er jemand war, der über den Schnitzelrand Teller in Österreich auch hinausgeblickt hat und der das europäische Ganze sozusagen im Fokus hatte. Ja, viel, was er auch uns hinterlassen hat, also auch als Bildungsminister war er ja tätig eine Zeit lang, also Wissenschaft und Forschung war einfach seins. Auch die Fachhochschulen, die auch uns geblieben sind, also sehr, sehr viel, was wir durch ihn auch weiterhin haben werden. Das Forum Alpbach natürlich, wo er auch, ich glaube, Ehrenvorsitzender war. Und dann war er auch, ich glaube, Ehrenvorsitzender war.